Das FarmPoint Feuchtemessgerät ist eine einfache Methode zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Getreide und Saatgut. Egal ob vor oder während der Ernte, während des Trocknungsprozesses oder nach der Lagerung. Dieses dänische Hightech-Feuchtigkeitsmessgerät ist das beste auf dem Markt, um den Wassergehalt von Getreide und Saatgut am sichersten zu messen. Das FarmPoint Getreidefeuchtigkeitsmessgerät steht für eine neue Generation digitaler Feuchtigkeitsmessgeräte, die Hochfrequenzmessungen, Probenkompression und automatische Temperaturkompensation für zuverlässigere Ergebnisse verwenden. Der FarmPoint Feuchtigkeitsanalysator ist einfach zu bedienen. Zuerst schalten Sie den FarmPoint ein. Dann wählen Sie mit den Pfeiltasten die richtige Getreidesorte aus. Im FarmPoint sind bis zu 20 Getreidesorten vorprogrammiert, abhängig von den Kulturen, die in Ihrer Region angebaut werden. Füllen Sie die Testzelle mit dem Getreide, das Sie messen möchten. Schrauben Sie den Deckel auf, bis sich die Druckanzeige in Höhe der Deckeloberseite befindet. Drücken Sie die Testtaste und Sie können den Feuchtigkeitsgehalt direkt auf dem Display ablesen. Gleichzeitig erhalten Sie den Durchschnittswert der letzten vier durchgeführten Messungen. So können Sie zum Beispiel den FarmPoint in verschiedenen Teilen des Feldes verwenden, um zu bestimmen, wann mit der Ernte begonnen werden soll. Sobald die Getreide gelagert werden müssen, ist es wichtig, die richtige Feuchtigkeitskontrolle zu haben, um die Qualität sicherzustellen und Verluste zu vermeiden. Das FarmPoint Feuchtemessgerät ist perfekt, um Ihnen genaue Messergebnisse zu liefern, so dass Sie zu viel Feuchtigkeit und Krankheiten vermeiden können, um den besten Preis für Ihre Ernte zu erzielen. FarmPoint wird in einem praktischen und robusten Transportkoffer geliefert, so dass Sie ihn überall mit hinnehmen können, wo Sie ihn benötigen. Das gibt Ihnen einen tragbaren und zuverlässigen Begleiter für das Qualitätsmanagement Ihres Korns. Supertec – hochwertige Produkte für die Landwirtschaft 13 – zum Beispiel mit deneträgen Begleiter gefordert. 13 – vorbewerbsge期待 13 – vorbewerbsge期待